Oh Leute, wir sind hier mitten im spannenden Kampf zwischen Schlöpperstürmer und dem Türsteher. Schlöpperstürmer tritt komplett nackt an. Man sieht nur die Schlöpper und sein Unterhemd. Und natürlich ist Julio mit am Start. Und der Türsteher kriegt hier einen Crit nach dem anderen. Und damit ist er down. Die Mission ist erfolgreich. Und der Schlöpperstürmer zeigt mal wieder, dass er der Stärkste hier in Humphredale ist. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hero Zero. Und wir starten, ähm, ich starte mit einem Schurken. Hm. Aber anscheinend kommt doch kein Schurke. Jetzt hat jemand aus dem Team gesagt, dass um elf ein Schurke kommen soll. Deswegen habe ich jetzt das Let's Play extra auf um elf gelegt, damit ich so sozusagen den Start des Schurkens mit euch miterleben kann. Aber anscheinend kommt er nicht. Wir warten mal noch kurz. Und in dieser Zeit kann ich euch sagen, es tut mir leid, dass gestern keine Folge kam. Wirklich, es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte, ähm, ich habe zur Zeit freie Tage, ne. Und da kann ich eigentlich die ganze Zeit aufnehmen. Und ich habe auch Bock aufzunehmen. Und gestern war so ein Tag, ich habe irgendwie vormittags, so gegen Mittag, so gedacht, hm, nehmen wir jetzt eine Folge auf. Ich habe eigentlich Bock und so. Und dann dachte ich mir aber so, ah, vielleicht ist es zu zeitig. Und ich habe ja erst um drei Uhr nachts eine hochgeladen. Und wenn ich jetzt, oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau. Aber wenn ich jetzt noch eine hochladen, vielleicht wird es dann zu viel und so. Verschieben wir es lieber auf Abend. So, und abends war dann das Problem, ich hatte leider keine Zeit. Ich war unterwegs, habe dann noch ein bisschen gezockt und so. Und hatte einfach keine Zeit gefunden, um ein Let's Play aufzunehmen. Und als ich dann heute Nacht, ähm, kurz vorm Bett, da wollte ich dann es aufnehmen. Aber da war ich dann so hundimitutmüde, dass ich nicht wieder so eine Fail-Folge aufnehmen wollte. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme lieber gleich heute, wenn ich aufstehe und meine Sachen erledigt habe, eine Folge auf für euch. Und hoffe, dass, ähm, es euch reicht, wenn gestern keine Folge kam. Also gestern kam ja eine Folge, streng genommen kam ja gestern eine Folge, nämlich gestern Nacht. Aber das zählt ja eigentlich noch für den Tag davor, weil sonst wäre da, naja, also egal. Auf jeden Fall kommt jetzt eine Folge und ich habe richtig Bock drauf. Und, ähm, ich werde heute Abend auch noch eine Folge machen, wenn es alles klappt, so wie ich mir das vorstelle. Denn ich möchte langsam mal Julio einen neuen Namen geben. Ich habe jetzt leider für diese Folge das nicht vorbereitet. Ich habe nicht die ganzen Kommentare durchgeguckt und etc. und so weiter und so fort. Deswegen mache ich heute noch eine Folge, ähm, gegen Abend, wo ich, ähm, wo wir, beziehungsweise, wo wir gemeinsam den Namen festlegen. Also ihr könnt unter dieser Folge nochmal Namensvorschläge bringen für diesen netten Julio hier. Ähm, wie er denn zukünftig heißen soll. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Ähm, ich werde dann auch unter alle Videos, die seit dem Video mit dem Begleiternamen fungieren, ähm, die Kommentare angucken, ob irgendwo ein Kommentar dazu steht, wie ihr den nennen wollt. Ich werde alle Vorschläge überprüfen, ähm, ob das jetzt so, ob ich mir das vorstellen kann, dass Julio so umbenannt wird. Und die besten Vorschläge werde ich dann in ein Stroop-Hall machen, wo ihr dann entscheiden dürft, welcher genommen wird. Ja, was ist passiert? Es ist einiges passiert. Ähm, was ich jetzt auch nicht vorbereitet habe. Es kam ein Update am Dienstag, also gestern. Aber da war nicht wirklich was los. Also das Update war wirklich wieder nur Verbesserungen, jetzt nicht irgendwas Neues oder so. Deswegen spare ich mir das jetzt einfach mal hier zu benennen. Ähm, ja, falls ihr euch interessiert, geht einfach in den Forum. Da steht hier Wartungsarbeiten vom 3.11.2015. Und da könnt ihr euch durchlesen, was es da so Neues gibt. Was es aber als Neuerung gibt, stimmt, da gab es noch eine Neuerung. Ach, shit, Leute, wir schauen einfach mal. Ähm, es gab eine Neuerung, nämlich... Zack, 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 zack. Machen wir das mal, dass es ein bisschen schön aussieht. So, es gab nämlich die Neuerung... Ähm... Hier. Es gibt zwei neue epische Sets im Spiel, die in speziellen Überraschungsboxen gefunden werden können. Die Überraschungsboxen können im Second-Hand-Shop auftauchen oder bei Bandenkämpfen gewonnen werden. Es wurden fünf weitere Heldennotrufe dem Spiel hinzugefügt. Es wurden Performance-Optimierung im Spiel vorgenommen, ETC und so weiter und so fort. Aber die Überraschungsboxen sind neu. Okay, und da ich gestern mir mal dachte, okay, ich muss hier mal den Bonus noch ausnutzen, habe ich mir mal noch so ein 50-Euro-Paket geholt, in der Hoffnung, dass ich jetzt erstmal ein bisschen hinkomme mit meinen Donuts. Hatte sich aber gestern schon wieder erledigt, als ich unbedingt mein Kraft... Ich habe ja Kraft geskillt, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, und das wollte ich unbedingt mal weghaben. Weil ich habe es einfach nur geskillt, weil ich so dachte, ja, am Anfang hat man dann mehr Skill-Punkte, wenn man Kraft ausskillt, weil die ja nur fünf Münzen und so kosten. Aber im Endeffekt ist es halt Schwachsinn, weil man Kraft am Anfang nicht skillen braucht. Es ist einfach nur dumm. Also ich war dumm. Und da dachte ich mir, okay, möchte ich meinen Fehler wieder ausbessern, indem ich hier Second-Hand-Shop blättere mit Donuts. Und ich habe ungelogen, wir können ja mal gucken, über 200 Mal geblättert an einem... Also mindestens 100 Mal. Da habe ich nicht die Heldentat bekommen. Ach nee, Shop muss ich ja gucken. Ich dödel, ey. 175 Mal geblättert. Also habe ich allein gestern, der Server ist jetzt ungefähr eine Woche da, glaube ich, habe ich allein gestern, ja, 170, 160 Mal geblättert. Sind halt easy 160 Donuts, die da weg sind, ne. Aber nun gut. Das Gute war, ich habe viele Begleiter gefunden, die ich mir hätte kaufen können. Ich hatte aber keine Münzen. Das heißt, ich habe sie mir nicht gekauft. Das andere Gute war, ich habe Überraschungsboxen... Also ich konnte meinen Helden erstmal wieder ausstatten. Fast full epic. Es fehlt mir nur eine epische Waschwe, eine epische Waffe und ein epischer Anzug. Aber sonst läuft es soweit. Und das dritte Gute. Ich habe die Überraschungsboxen gefunden. Nämlich einmal die gerechte Kämpfer-Überraschungsbox. Und einmal die antimagnetische Helden-Überraschungsbox. Und natürlich eine normale Überraschungsbox, so für zwischendurch. Ja, und diese kosten jeweils 10 Donuts. Aber mir wurde gesagt, irgendwie... Also da sollen anscheinend die neuen Set-Gegenstände sein. Ähm, Helden-Set des gerechten Kämpfers und Helden-Set der außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wie gesagt, ich habe 170 Mal geblättert. Ich habe einmal die gerechte Kämpfer-Überraschungsbox gefunden. Und zweimal die antimagnetische Helden-Überraschungsbox. Ich habe mir aber nur einmal die Helden-Überraschungsbox gegönnt. Weil mir im Team gesagt wurde, dass da immer das Gleiche drin ist. Aber das wäre ja sinnlos, wenn da das Set drin sein soll. Da müsste ja theoretisch das komplette Set drin sein. Entweder die hatten halt mega Pech und haben halt öfter mal das Gleiche gezogen. Oder da ist irgendein Bug vor. Ich kann ja mal gucken, ob ich nochmal irgendwas finde. Hier zum Beispiel wieder ein schöner Begleiter. Nicht von der Schippe springen. Aber... und Kraft geskillt. Also doch kein schöner Begleiter. Wir können ja nochmal ein bisschen Blättern hier hingeben. Ich merke gerade, ich habe keinen Ton an. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Beim nächsten Part gibt es wieder Ton. Also wie gesagt, dieser ist halt auch richtig geil. Es ist ein Pumpkin. Es hat einfach überall Skills. Und das meiste ist auf Grips und Intuition. Also das wäre schon ein Begleiter, wo ich mir sagen könnte, wow, 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 da muss ich dreimal überlegen, ob ich mir den nicht kaufe. Aber den würde ich halt lieber für 20 Donuts nehmen, als für 50.000 Münzen. Gerade so am Anfang sind halt 50.000 Münzen extrem viel. Ja, hier. Steht da Tropfen, hochgepäppelt und vor der Schippe springen. Perfekt. Aber die Skills sind halt einfach, die Attribute sind halt einfach Fail. Was brauchte ich noch? Eine Waffe und einen Anzug in Epich. Okay, da können wir ja noch... Ach komm, wir blättern mal noch kurz. Damit ihr mal seht, wie ich so gestern hier am Blättern war. Und was brauche ich hier eigentlich? Da brauche ich einen Anzug in Condi. Condi. Ja, das sieht doch fast gut aus. Das sieht doch fast gut aus. Oh, hier. Gerechte Kämpferbox. So. Einfach nur, um es euch nochmal zu zeigen, würde ich die jetzt mal kaufen, um zu gucken, ob da wirklich was anderes drin ist. Scheiß auf die 10 Donuts. Für euch mache ich das gerne. So. Gut. Ich würde es trotzdem mal noch gucken, ob ich hier vielleicht noch was... Oh, noch eine... Oh, wenn das jetzt... Leute, ich mache es einfach. Ich... Für euch scheiße ich auf die Donuts. Nur für euch. Wenn ich jetzt dreimal das gleiche Item drin habe und das dann... Oha! Ich würde sagen, hier warte ich erst mal und mache erst mal die Boxen auf. Also, das wird ja jetzt... Das wird ja jetzt enorm hier. Was ist da los? Oh, der Luftballon. Davon brauche ich, glaube ich, einen heute. Genau. 0 von 1 Luftballon gefunden. Dreierfels Luftballon. Ja, die Wochenquests habe ich natürlich... Natürlich schon abgeschlossen. Heute muss ich noch 4 Kampfquests in der Schweiz gewinnen. Und dann ist das alles easy. Wenn ihr euch fragt, warum ich so viele Münzen habe, ich war halt einfach bis jetzt zu faul zu skillen. Mache ich aber noch. Safe Call. So. Ja, ich kann nichts weiter machen, außer... Die Überraschungsboxen aufmachen. Ich würde erst mal die antimagnetische Helden-Überraschungsbox aufmachen und schauen, was sich da drin versteckt. 3, 2, 1, ready. Okay, da ist ein antimagnetischer Mikrofasergürtel der außergewöhnlichen Fähigkeiten drin. Interessant. Es ist aber nicht so interessant, weil ich davon ja nur eine habe. Interessanter wird es bei diesen 3, beziehungsweise wenn ich die mir noch hier kaufe, bei den 4. Das ist natürlich das Auffählen, ne? Ich sage kurz davor, ich habe 170 Mal geblättert und habe nur 2, beziehungsweise 3 Überraschungsboxen gesehen von den 9. Und jetzt blätter ich, keine Ahnung, 10, 20 Mal, wenn überhaupt und habe gleich mal 3 Überraschungsboxen gefunden. Okay, machen wir mal auf. Also, hier ist auf jeden Fall ein Anzug, ein epischer Anzug, der würde mir auch so schon reichen, glaube ich. Dann gibt es hier einmal Schuhe. Schuhe, funktionale Kunstlederstiefel des gerechten Kämpfers. Komm, und jetzt bitte noch den Kopf. Okay, das ist den Umhang. Okay, und wenn ich mir jetzt hier noch was kaufe, 14 Donuts, bekomme ich bitte noch... Das habe ich. Schuhe habe ich. Umhang habe ich. Anzug habe ich. Fehlt nur noch der Kopf, oder? Ne, der Gürtel. Der Gürtel fehlt auch noch. Und ich kriege nochmal Schuhe. Es war vorherzusehen. 299, 300. Das sind sogar schlechte, ey, weg damit. Nun gut, also da muss man wirklich einfach Glück haben, dass man da die ordentlichen Sachen bekommt. Wie ihr seht, ich habe mir auch hier ein paar Set-Gegenstände aus der Silberliga gegönnt, während ich so in meinem Shop-Rausch war. Aber nun gut. Jetzt müssen wir schauen. Das ist sogar schlechter. Ach ne, wartet mal. Hier habe ich ja drei Gegenstände. Ist ja klar, dass es dann schlechter ist. Dann, ähm, ja. Hebe ich mir das mal auf. So. Die Überraschungsbox können wir uns eigentlich noch snacken. Ja, die machen wir zum Ende auf, würde ich sagen. Die machen wir zum Ende auf. Ähm, ich muss mich da erstmal wieder ausziehen. Also so sehe ich es zurzeit aus. Ach komm, die drei Donuts können wir jetzt auch noch vergucken hier. Äh. Äh, epische Waffe. Aber neun Donuts, ich bin da nicht so... Ich lasse mir mal offen. Vielleicht hole ich sie ja noch. Fünf Überraschungsboxen geöffnet. Drei Fähigkeitspunkte. Wip, wip. Nice. So, also gestern hatte ich, glaube ich, 1300 oder 1200. Ähm. Warte, ich kann ja einfach gucken. Ich hatte 50 Donuts. Ja, 1200 Donuts hatte ich. Und jetzt sind 300 innerhalb von einem Tag weg. Joa, und Steve Jobs macht das Zehnfache innerhalb von einem Tag. Ich... Für mich ist das so auch schon viel, innerhalb von einem Tag 300 Donuts zu verschwenden. Es ist ja im Endeffekt verschwendet, weil... Ich hab ja nichts davon. Was hab ich denn davon? Ich hab ein paar Items. Yay. Die ich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen eh wieder austauschen werden muss, weil es neuere kommen. Und es war einfach sinnlos. Sag mal, hab ich das überhaupt gemacht? Leute, ihr müsst mich davon abbringen. Ihr müsst mich davon abbringen, dummes Zeug zu machen. Hier bei Hero Zero. Das bringt doch alles nichts. So, jetzt hab ich hier... Joa, die Legende. Bei der Legende läuft. Hey, bist ja hier wieder voll am Durchstarten. Freut mich, dich hier wieder zu sehen. Warst ja auf Server 10 leider nicht zu sehen. Hier wieder mit Donuts und so. Mach weiter so. Deine Videos sind echt der Hammes. Der Hammes. Ja, der Hammes. Sind voll der Hammes meine Videos. Ja, danke. Die Legende, ne? Ja, die Legende. Dankeschön. Ja, Server 10 war halt ein bisschen Fail, ne? Da hat halt viel mit Arbeit zu tun gehabt. Ich hatte nicht so viel Zeit. Und hier versuche ich halt einfach, mein Bestes zu geben. Bislang habe ich noch keinen Energiepunkt verschwendet. Auch keine Trainingseinheit nicht gemacht. Also, ich bin gut dabei. Auch wenn es vom Level her nicht so aussieht, als würde ich das machen. Aber es ist so, ja. So, während wir jetzt hier die Mission haben, die noch zweieinhalb Minuten geht. Ah, das Blinken nervt mich. Das Blinken nervt mich. Gib mir die Münzen. Gib mir die Münzen. So. Schauen wir mal hier kurz in die Rangliste. Wild Bunch immer noch auf Platz 1. Hart immer noch auf Platz 2. Underworld auf Platz 3. Der hat sich, glaube ich, hochgekämpft. Dadurch, dass er ja jetzt am Ehreturnier teilnimmt. V.I.B. auf Platz 4. Steve Jobs auf Platz 5. Delphi auf Platz 6. V.Monos auf Platz 7. Star King Killer Mieze. Und Penny auf Platz 8 bis 10. Deluxe Reaper auf Platz 11. Und Chrisse auf Platz 12. Wird also langsam wieder dominiert von The Risen Hell. Aber das Ehret ist halt mittlerweile wirklich... Die ersten drei Plätze sind schon geil. Aber der Rest, der wird... Der rotiert halt ständig aufgrund des Ehreturniers. Und da kann man halt nicht wirklich viel sagen, ob das jetzt gut, schlecht ist. Es ist viel wichtiger dahingehend. Vor allem sind die schon in Liga 1. What the fuck? Bei denen läuft, ey. Bei denen läuft Hart. Stufe. Da ist Hart auf 1 mit 117. Killer Mieze auf 2 mit 112. Star King auf 3 mit 109. Heisenberg mit 107 auf Platz 4. Und so weiter und so fort. Sind hier eigentlich noch welche von Dominants? Da ist nur einer von Dominants. Hatten die nicht am Anfang hier mal übelst überwogen? Und mittlerweile ist da irgendwie nichts mehr los. Auch Unknown. Der Brassianer ist nur einer mehr hier oben. Die anderen sind alle von The Risen Hell. Chillout Room noch Jade. Und Smoker von Wildbahnstrasse. Ansonsten The Risen Hell hier am Dominieren. Sehr nice. Das freut mich zu sehen. Hier schon 16 Leute mit Stufe 100. Und ich hänge hier irgendwo auf Platz 54. Okay, wenn man jetzt meine wenigen R-Punkte noch umsieht, wäre ich sogar in den Top 50. Wäre ich hier auf Platz 46. Aber nur gut, nur gut. Top 50 ist okay, ist okay. So, R ist nicht so wichtig. Ausbau. Da sind immer noch nur 2, 4, ne 6. Mittlerweile 6 Teams. Ich glaube Chillout Room ist neu dazugekommen. Unter den Leuten, die hier die 100% Ausstattung, äh 100% Ausbau bei dem Team haben. Herzlichen Glückwunsch, Chillout Room. Und ja, dann gibt es hier noch Unknown, die bei 99% sind. Das sind halt die Brassianer, die hier kräftig ihre Donuts reinpacken. Dann Dominance hängt auch noch bei 99%. Hat immer noch nicht geschafft. Die 2 hier. Oh. Was sehen meine Augen da? Nur noch 12 Mitglieder. Ich lese mal vor. Mit Zusammenhalt und Ausdauer zum Erfolg. Hm. Ja gut. 12 Mitglieder, ja gut. Ich will ja nichts sagen, aber... Don Shrex, läuft bei dir. Ja. Dann... Trophäen. Da sieht es wie folgt aus. Chillout Room hat hier 2 Trains, eine Energie. Heaven and Hell hat 3 Trains und eine Energie. The Risen Hell hat 2 Trains, 2 Energie und eine Mood. Mood. Waldbahn Schroes hat 2 Energie und eine Train, Montag hat 2 Mood und eine Energie, Upgrade You hat eine Train, Unknown hat eine Energie, Dominance hat 2 Energie, Legenden hat 2 Mood und eine Train, und Hippie Kommune hat eine Mood Trophäe. Wochenturnier bin ich ganz unten, ganz unten, sogar mittlerweile mit 1000 Ähre Vorsprung, also in Anführungsstrichen Vorsprung, also ich kann dann, ich hab dann 1000 weniger zum Aufholen als die anderen oder so ähnlich. Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall, bin ich gut dabei, hier Ähre zu verlieren, auch wenn ich, wenn ich jeden Tag komme ich online und sehe erstmal plus 500 bis 1000 Ähre dazugekommen, weil mich irgendwelche Leute angreifen. Ähm, bitte, greift mich nicht an. Ja, und was ich euch noch zeigen wollte, war auf jeden Fall, wenn ihr es nicht schon oben seht, das hier. Ich hab's nämlich gestern geschafft, in Gold 3, ähm, aufzusteigen, also beziehungsweise heute Nacht. Ich hatte gestern, mit meinem letzten Liga-Kampf, hatte ich noch 6 Liga-Punkte übrig, um Gold 3 zu erreichen, und ich wollte dann eigentlich ein Let's Play machen, hab mir gedacht, eigentlich wär's ja schön, wenn ich den Erfolg ins Let's Play mitpacken wollte, könnte, und dann hab ich bis 0 Uhr gewartet, und dann hab ich durch den ersten Kampf halt Gold 3 erreicht, und ja, freut mich sehr, 220% Minz-Belohnung bei Liga-Kampf, ist natürlich auch nicht schlecht, und 21% erhöhte Grundfähigkeiten, das ist auf jeden Fall geil, wenn man hier sieht, 79% hab ich nur durch die Liga, 80% durch die Liga, 73% durch die Liga, 41% durch Liga, das ist auf jeden Fall nicer shit, würde ich sagen. So, dann soll's das eigentlich auch fast schon wieder hier gewesen sein, zumindest von dem Hero Zero Part, was ich aber noch unbedingt euch ankündigen wollte. Ich weiß nicht, wer mich von euch auf Twitter verfolgt, ich hatte da, war das gestern? Ich glaub gestern Nacht, also nicht die, die jetzt war, sondern die davor, da hab ich angekündigt, dass ich an etwas arbeite, und dass ich hoffe, dass ich damit euch, ähm, wie soll ich sagen, euren Geschmack treffe. Ja, so kann man's ungefähr ausdrücken, und es geht darum, dass ich mir überlegt hab, einfach mal wieder meinen Kanalbanner zu aktualisieren, weil der war ja wirklich schon alt, ersten Stand da noch FIFA 15 drin, und das hab ich auch nur provisorisch reingeklatscht gehabt, weil eigentlich war der Kanalbanner ja von FIFA 13 oder 14, und dann hab ich irgendwann mal gedacht, oh scheiße, FIFA 14 ist ja schon lange vorbei, machen wir mal einfach FIFA 15 draus, und ja, mir hat der halt nicht mehr gefallen, und das CSGO hab ich auch einfach so reingemacht, deswegen hab ich mir gedacht, ich mach mal einen neuen Kanalbanner, hab mir da so eine, ähm, Idee überlegt, sag ich mal, und hab mich dann ein bisschen reingesetzt, und hab so meine Lieblingsspiele, ich jetzt viel darüber erzählt, ich zeig ihn euch einfach mal, denn, wenn ihr auf meinen Kanal geht, youtube.com.com.com, hier steht's übrigens auch, könnt ihr ab jetzt diesen Kanalbanner sehen, und ich bin wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, ich freu mich, oder ne, ich mach mal hier, dass das hier mal alles ein bisschen fettet, What? Fail, sorry Leute, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so geübt drin in dieser, in diesem Zeug, so. Ja, das ist mein neuer Kanalbanner, let's farbe, immer auf dem Laufenden bleiben, ähm, ja, also wenn ich das jetzt noch größer machen würde, würdet ihr noch mehr sehen, aber das passt halt nicht ins Bild, also ich hab ganz links, hab ich einen kleinen Fußball, ähm, wegen meiner Fußballaffinität, sag ich mal, dann hab ich hier Begleiter, einmal den Affen und, ähm, ähm, ich glaub den Hund, ja, ich glaub den Hund, dann hier Luigi, aus Luigi Mansion, Minecraft, Hero Zero, CSGO, Super Mario Maker, Minecraft, und noch den Alien-Robben vom FCB, weil ich halt einfach FC Bayern-Fan bin. Ja, ein neues Avatar hab ich mir auch zugelegt, was ich jetzt schon seit längerem bei Steam benutze, hab ich jetzt einfach hier mal, ähm, zugelegt, weil ich finde, das, ähm, Face Your Manga-Avatar, das ist leider nicht mehr zeitgemäß, ne, das machen, sag ich mal, die ganzen, ähm, wie soll ich das jetzt nett formulieren, ich bin zu alt für so ein Zeug, sag ich es einfach mal so, ne, und ich dachte mir, ja, was soll ich sonst als Avatar nehmen, ich hab lange überlegt, soll ich einfach LF nehmen, also einfach nur Buchstaben mit einem schönen Hintergrund oder so, aber dann dachte ich mir einfach, hier, ich find die Katze eigentlich ganz cool, die ist von, ähm, Fairytale, genau, der Serie Fairytale, das ist die, ähm, wie hieß die denn? Blue Cat? Hieß die Blue Cat? Oder hieß die noch anders? Auf jeden Fall ist es eine Katze, die da ein bisschen mit die Hauptrolle spielt, und, ja, das hab ich mir einfach mal genommen, und find ich eigentlich ganz nett, und, ja, so wird's erst einmal, erst einmal bleiben. Natürlich hab ich gleich überall meine, äh, mein Avatar und meinen Kanalbanner geändert, nämlich, zeig ich euch was gleich, hier, falls es euch interessiert, oh nein, oha, muss ich rausschneiden, ähm, egal, schneid ich dann raus, ich hab hier nämlich schon zwei was hochgeladen, was ihr aber noch nicht sehen dürft, weil das erst noch kommt, das sind zwei CSGO-Videos, die werden, eins wird heute noch veröffentlicht, das andere vielleicht morgen oder so, mal gucken, also, wer sich für CSGO interessiert, hier, Aipanku 3K57, ich hab mich mal dran versucht, ähm, ein bisschen zu editen, auch wenn's jetzt nicht so der übliche krasse Edit ist, aber ein bisschen was, ich find's schon ganz nett, und, ja, Aipanku feiert das Übelst, also, weil er's halt gemacht hat, äh, ist ein Kollege von mir, und, ja, schaut's euch da an, wenn's euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. So, übrigens, ja, was ich noch sagen wollte, hier, äh, äh, wo hab ich's denn, äh, 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 da ist es, Twitter, genau, Twitter hab ich nämlich auch noch den Kanalbanner aktualisiert, da der aber etwas kleiner ist als der bei YouTube, ähm, musste ich, ähm, hab ich nur einen Teilausschnitt genommen, und da hab ich den rechten Teilausschnitt genommen, mit hier Arjen Robben an der Seite, Minecraft, Super Mario Maker, CSGO, und hier unten noch ein bisschen Hero Zero, dann hab ich meinen kleinen YouTube-Kanal verlinkt, Let's Fabay, okay, und, ja, wer mich folgen will, kann dies gern tun, ich heiße AdderFabi, ist mein Twitter-Account, und da könnt ihr gern, ähm, mir folgen und auch mit mir schreiben, oder was auch immer, macht, macht's einfach, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann ist's auch nicht schlimm, ne, ich sage erst mal, äh, ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war eine Entschuldigung dafür, dass gestern leider kein Video mehr kam, dass es jetzt ein bisschen länger geworden ist, ich hoffe, ihr schaut's bis zum Ende, ähm, wenn ihr's bis zum Ende geschaut habt, schreibt ruhig mal in die Kommentare, ähm, Greenscreen, ah, das ist vielleicht zu schwer, ähm, warte, ähm, Alter, mir fällt nix ein, Hero Zero, ja, schreibt einfach mal Hero Zero, dann zwei Leertasten, und dann, was ihr noch so schreiben wollt, als Kommentar, das wär cool, dann würd ich sehen, wer so's bis zum Ende geschaut habt, ich glaub, es werden nicht viele sein, aber, wenn ihr's bis zum Ende geschaut habt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Hero Zero, dann weiß ich Bescheid, wie ich das grad gesagt habe, Hero Zero, das heißt, Hero Zero, oder, Hero Zero, oder, okay, ist das Quatsch, ähm, ich verabschiede mich, danke euch fürs Zusehen, und lasst den Daumen nach oben da, wenn's euch gefallen hat, euer Leerts, va-bye, Bis zum nächsten Mal.